es präsentiert sich linven miller aus england ein deutlicher unterschied zum litauer in sachen muskelmasse definition und symmetrie durch seine ausstrahlung das publikum in seinen bann zu ziehen das gehört dazu beim einzelposen er gewann die goldmedaille verzichtet sie dann leider bei den staats später bei der weltmeisterschaft in mainter denn er hätte natürlich gute chancen gehabt auch in den titel zu gewinnen